Ihr heiratet ja bald. Was wäre denn das Schlimmste, das euch mit dem Hochzeitsfilmer passieren könnte? Wenn die Weihnachtsbilder so wie unsere Weihnachtsbilder sind. Ja, wir hatten eine Einwillkamera gekauft. Hast du nichts Großeres? Was ist das für das? Das war's für heute. Die Weihnachtsbilder ist ein Schlimmste. Die Weihnachtsgarten sind mit der Weihnachtsgarten. Das war's für heute. Vielen Dank.